herzlich willkommen zu einem neuen video heute trade ich mit programide forex 60 sekunden mein start trade beträgt hier 200 euro ich gehe zwischen zwei und fünf mal mit dem gleichen betrag ein zuvor schaue ich mir wie immer die wirtschaftsdaten von heute an wir haben einige wichtige sehr wichtige news im yen pfund euro und us dollar als nächstes suche ich mir einen trade im metatrader 5 nach meinen einstiegskriterien unter berücksichtigung meiner sieben indikatoren und der tagesnews und des richtigen chartbildes ganz wichtig natürlich Schweizer Franken, Yen, müsste aber noch etwas fallen. Euro, Yen, müsste auch noch etwas fallen. Ich steige ein. Ich bin jetzt insgesamt fünfmal mit dem gleichen Betrag eingestiegen. In den nächsten Sekunden soll der Kurs wieder steigen, wenn ich alles richtig gemacht habe. Aktuell sind alle fünf Trades im Gewinn. Perfekt. Die ersten beiden Trades sind im Gewinn. Wer sich für die Strategie interessiert, kann sich bei mir melden. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Perfekt. Alle Trades gewonnen. Bis zum nächsten Mal. Adios. einer Kurs www. fut